Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sprite Seen mit Zelda A Link Between Worlds. Wir sind ganz oben auf dem Schloss Hyrule angekommen und wir sehen vor uns hier im Arbeitszimmer wahrscheinlich des Königs und so weiter nicht besonders viel außer diese komische Spalte hier drin. Und ich glaube es ist Zeit, dass wir einmal hindurch gehen. Möge uns Gott beistehen. Oder die Göttin besser gesagt in Hyrule. What the fuck? Okay. I'm tripping balls, man. Okay. Also gut, wir sind wieder im Zimmer. Gelandet wohl von Schloss Hyrule, aber hier ist alles irgendwie kaputt und zerdeppert. Wenn wir unten auf die Karte achten, sieht es auch leicht verändert aus. Die Welt hier. Alles so duster und guck mal, das Feuer in allen Regenbogenfarben ist blitzen die Blitze. Nicht gerade einladend, würde ich sagen, oder? Immerhin, obwohl, ha? Das ist... Oh Gott, was ist denn hier los? Oh, oh, da ist Yuga. Die Götter müssen dir gewogen sein. Ah, guck mal, da sind die Bilder der ganzen Weisen, die bisher gesammelt wurden. Da ist Ceres, da ist Osfala. Ne, da ist Osfala. Ah, und Gris ist auch da mit dabei. Scheiße. Willkommen in meine Galerie der Schönheit. Oh, und eine Zora auch mit. Oh Gott, die hatte schon alle gefangen anscheinend. Der Titel der heutigen Ausstellung. Die Auferstehung Gens. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau das wollen wir nicht. Ich muss aber trotzdem sagen, für so eine Bitterlichkeit. Schöne Farben und auch schön grafisch in Szene gesetzt hier. Habt ihr schick gemacht, Nintendo. Das gefällt mir. Alter, ist das Genn. Scheiße, das ist Genn. Das kann doch nicht sein. Jetzt schon? What the fuck? Das ist also das Triforce der Kraft. Wie unvergleichlich schön. Werde eins mit mir, auf das wir uns gemeinsam auf die Suche nach der Schönheit begeben. Okay. Alter, ist ja wie Dragon Ball hier. Eine Fusion zwischen Yuga und Ganon. Nicht Gennendorf, ne? Alter. Triforce der Kraft. Auf die Hand drauf. Holy shit. Er hat mich ein bisschen an den Genie aus Dark Cloud. In seinem großen Lila aussehen. Schau dir das an. Ganon sah nie bedrohlicher aus. Hat vielleicht auch ein bisschen was von... Oh, Ganon von... Wer ist das denn? Sie hat Ganon-Yuga gebannt. Hä? Wer bist du denn? Hilda. Was? Link, Hell von Hyrule. Mein Name ist Hilda. Yuga hat die sieben Weisen benutzt, um der Macht Gennens Herr zu werden. Mit dieser böserlichen Kraft wird Yuga versuchen, die Welt zu unterjochen. Und dazu zählt natürlich auch Hyrule. Wer ist denn Hilda? Über den Rest werden wir später sprechen. Mit meinen Kräften kann ich uns etwas Zeit gewinnen. Aha. Und weg wurde ich gebeamt. Nur mal Glück gehabt, dass die liebe Hilda da gewesen ist. Und guck mal. Das umgedrehte Triforce. Link, es kostet mich all meine Kraft, Yuga aufzuhalten. Sehr lange halte ich das nicht durch. Wenn du ihn besiegen willst, musst du als der wahre Held erwachen. Aha. Bin ich noch nicht der wahre Held, oder was? Befreie die sieben Weisen aus den Gemälden, damit sie ihre Macht vereinen können. Geh jetzt. Es ist dir bestimmt, der wahre Held zu werden. Link. Alter, was sind das für Plot-Developments hier? Höre ich den Schmied? Da. Ich liege beim Schmied auf der Bank. Wie lange will der denn noch schlafen? Was für ein Ärgernis, sagt die Frau des Schmieds. Okay. Da ist er. Endlich. Ich dachte schon, das wird nichts mehr. Die ist ja total unfreundlich. Du hast mitten auf dem Weg gelegen. Hast den ganzen Verkehr aufgehalten. Also habe ich dich da weggeholt. Du hast mir ganz schön Umstände gemacht, weil du nicht aufzuwecken warst. Aber jetzt, da du wach bist, kannst du endlich verschwinden. Raus mit dir. Du meine Güte. Was ist denn hier passiert? Was? Was bist du immer noch da? Die ganze Mühe nur, um irgendwen zu retten. Warum habe ich das nicht einfach gelassen? Pah. Andere Menschen machen einem nichts als Umstände. Was? Ein Gris? Und was soll das genau sein? Ein Kind? Davon weiß ich nichts. Ich kann Kinder nicht leiden. Was ist mit hier unserem Gehilfen? Wen haben wir denn da? Ach ja, den kleinen Bengel, den die Frau des Schmieds angeschleppt hat. Jetzt komm mir bloß nicht in die Quere und störe mich nicht bei der Arbeit. Verdammt, ich wollte schon reimen. Andererseits, bei der jetzigen Laune des Meisters ist einem sowieso die Lust auf Arbeit vergangen. Ja, ihr merkt es ein bisschen. Hier ist es... Oh, und seht ihr das umgedrehte Trifoss-Zeichen? Es sieht alles ein bisschen anders aus, als wir es gewohnt sind. Link, Held von Hyrule. Hörst du mich? Ich bin Hilda, die Königin von Lorule. Aha, aha. Du befindest dich in meinem Reich Lorule. Es ähnelt dem Königreich, aus dem du kamst. Doch trotz aller Ähnlichkeiten ist dies eine völlig andere Welt. Zumindest war es so, bis es Yuga gelangt, beide Welten miteinander zu verbinden. Die sieben Weisen, welche du suchst, sind in Verliesen gefangen, die über ganz Lorule verstreut liegen. Doch in dieser zerrissenen Welt wirst du nicht zu allen gelangen können. Finde zunächst deinen Weg in deine Heimatwelt, Link. Eile von dort zu den sieben Weisen, die in Lorule auf ihre Rettung warten. Wir vertrauen auf dich. Dies sind die Worte von Hilda von Lorule. Ja, ihr seht es. Lorule ist das Äquivalent der Schattenwelt hier. Und wir sehen es auch auf der Karte verzeichnet. X marks the spot. Die Xe sind die Dungeons, wo... Guck mal, die Gegner warten da schon unten auf mich. Oh Gott, oh Gott. Die Dungeons, wo die sieben Weisen gefangen wurden. Wirklich analog zur Schattenwelt und A Link to the Past. Hier heißt die Schattenwelt aber Lorule. Warte mal, ach, du hast da so einen Speer als Schirm für dich. Ich sag dir mal was, ich kann mir noch so viel Mühe geben, Waffen oder Rüstungen zu schmieden. Die werden doch nur verwendet, um Böses zu tun. Was für eine widerwärtige Welt, hach. Guck mal, hier, ja. Lorule ist anscheinend wirklich hier so die Anti-Welt. Nicht wie es bei... Wo sind das Fledermäuse? Ach, ein bisschen doch schon, ja. Äh, nicht ganz so wie das ehemals goldene Reich, die Schattenwelt aus A Link to the Past, Hyrule, die ja dann erst zum Schattenreich dann geworden ist, als Genn sie übermannt hat. Hier ist Lorule anscheinend eine Paralleldimension, die Welt auf dem Boden, der Spiegelbild auf dem Boden, besser gesagt. Und, ähm, wir sind in der Pause. Nein, brauchen wir nicht. Der Spiegelbild und anscheinend ist es hier vielleicht ein bisschen so wie bei Majora's Mask, ne. Da waren wir ja auch gefühlt in so einer Paralleldimension, obwohl Leute ähnlich aussahen. Die Welt ist ein bisschen ähnlich, wahrscheinlich strukturell auch ähnlich aufgebaut. Nur die Persönlichkeiten sind anders der Figuren. Warte mal, und da sehe ich... Da drüben. Da drüben, da hängt doch einer. Da hängt doch einer. Warte mal, können wir hier ums Haus drumherum? Können wir, ne? Okay. Ah, sehr gut. Guck mal, und hier sind sie auch. Die Mai Mai. Ah, und die zählen für eins, die Mai Mai's. Oh, komm mal, und ich weiß... Zumindest vom Interview von Aija Onuma, dem Chefentwickler. Das hatte ich ja schon in den anderen Teilen ab und zu mal erwähnt. Low Rule ist um einiges kniffliger als in der Oberwelt von Hyrule. Das heißt, hier sollte man sich ein bisschen besser vorsehen. Aber das war ja auch in der Schattenwelt so. Also ich kann da einfach nicht so frei heraus einfach durch die Gegend laufen, um das Beste hoffen. Ich muss schon mit Vorsicht das alles walten lassen. Guck mal, hier wo Wasser gewesen ist, in Hyrule sind da dicke Abgründe und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier ist der Wahrsager. Dieses Reis. Oh, was ist denn hier? Hallo? Hexe, mein Schatz ist nicht nur gut aussehend und muskulös, auch seine Vorhersagen treffen fast immer zu. Ach, Marthalein. Du machst mich hier ganz verlegen. Außerdem weiß doch längst jeder, dass ich der beste Wahrsager auf der ganzen Welt bin. Hohohoho. Da hast du auch wieder recht, mein Schatz. Und wenn du an den Vorhersagen von meinem Schatz herumkrittelst, bekommst du es mit mir zu tun. Ich krittel ja an deiner Nase um. Ich bin ein Wahrsager, der in deiner Zukunft ist in Phileppische 20, Rubin. Ach, wir machen das einfach mal, auch wenn er wahrscheinlich nichts von Bedeutung sagen kann. Beziehungsweise, nicht schon weiß. Hubbeldi, Bubbeldi, Rubbeldi, Flöns. Blutwurst, Blutwurst. Hohoho. Du schulterst dein schweres Schicksal. Ich sehe sieben Pfade vor dir. Welchen möchtest du heute beschreiten? Einen anderen. Dies hier sind die anderen Pfade. Äh, Schildkrötenfelsen. Erzähl mir mal. Ah, hier kann ich mir wahrscheinlich Tipps abholen, wie ich... Ah, und wenn ich die Dungeons außerhalb der Reihenfolge angehen kann, dann kann ich ja wirklich so lustig sein, wie ich will. Ja, es kommt, es zeigt es dir, da ist es. Und ich sage dir, wie es ist. Ich sehe, ich sehe der Hyliasee südostlich von Schloss Hyrule. Dort ein Spalt in der Wand. Okay, das können wir ja vielleicht dann machen. Das merken wir uns. Damit endet uns unser kurzer Blick in deine Zukunft. Hast du deinen Vater erkannt? Ah, so ist es wohl. Das hat ja auch Hilda schon gesagt. Das wohl das, oder die wohl das Zelda-Equivalent von, ja. Prinzessin Zelda hier in Lorule ist. 20 Rubine. Und ich muss wohl in... Äh, wenn ich den Weg zurückgefunden habe nach Hyrule von Lorule aus, einen Spalt, einen Dimensionsspalt finden. In der Nähe... Ah, ist ja gut. Jetzt habe ich die Energie wieder voll. In der Nähe der jeweils genannten Punkte kann ich dann jeweils in diesen Dungeon dann hin. Und eigentlich bei A Link to the Past war der... Der Schildkrötenfels war einer der vor... Ich glaube der letzte... Ne, der vorletzte oder vorvorletzte Dungeon. Also kurz vor Ende. Schon relativ knifflig in der Schwierigkeit auf dem Todesberg dann noch gewesen. Oder auf dem Äquivalent des Todesberges. Hier in... Im... Äh... Schattenreich damals. Warte mal. Kann ich mit denen reden? Weil die spucken auch manchmal Bomben raus, ne? Kann ich dich anlaufen? Bupp. Ne, passiert nichts. Ähm... Ja, und... Da muss ich entsprechend mal verschiedene Spalte finden. Ach, guck mal. Hier ist wieder das Schloss... Schloss Lorule. Ist es wohl. Warte mal. Äh... Ich nehme mal die Pfeile. Okay. Sag mal. Du Schwein. Okay, der hat ein Schild. Vielleicht... Oh, vielleicht der Feuerstab. Probieren wir es mal. Feuerstab, komm rüber. Okay. Ah, und jetzt habe ich sein Schild verbrannt. Okay. Gut, das muss ich mir für die Leute hier merken. Bokok. Ein neuer Wetterhahn wurde eingetragen. Jetzt speichern. Ah, funktioniert hier eigentlich... Das Wetterhahn-Ding? Speichern abgeschlossen. Mal gucken. Ich probiere es mal. Ähm... Ich möchte zur Schmiede. Ah, und der Besen kommt auch hier in diese Dimension. Okay. Gut zu wissen. Also hier kann ich auch gleich mich hin und her beamen. Das konnte ich. Beispielsweise in der... Äh... Im Schattenreich, in der Schattenwelt. Bei Link to the Past nicht. Ne? Das konnte ich nur... In der Lichtwelt. In Hyrule. Selbst. Also hier ist es schon mal... Boah. Das war gut. Hier ist es schon mal von großem Vorteil... ...das so machen zu können. So. Ich bin mal gespannt, was das Äquivalent von meinem Häuserle hier ist. Und ob sich weitere Gestalten aus der Schattenwelt... ...dann finden wir... Oh, und wenn man jetzt... Wir haben auch gar nicht wirklich darüber... ...uns unterhalten... ...dass jetzt Yuga anscheinend mit Ganon fusioniert ist... ...zu Mega-Ganon... ...Ganon-Yuga-Yuga... ...super... ...der weiße Drache mit eiskaltem Blick... Oh, was ist das? Ein Monsterhorn. Ah, und das konnten wir bei der Hexe da machen. Also, mal sehen, was sich da noch entwickeln wird... ...oder nicht entwickeln wird. Da haben wir... ...noch ein... ...Mai-Mai. Da ist mein Haus. So. Gucken wir mal hin. Ja, und... Ups, und Gris haben wir auch... Ah, und da sehe ich... ...da sehe ich einen Dimensionenspalt. Da sehe ich einen. Guck mal, hier finde ich bei weitem... ...nicht so viele Herzen. Wie in Hyrule. Okay. Wir machen mal diesen Wetterhahn hier auch an. Und... ...auch wenn wir es schon gerade haben... ...save early... ...save often. Schaden kann es nicht. Okay. Dann... Oh, ich sehe... Warte mal, ich sehe hier auch... ...ich nehme mal eine Bombe. ...ähm... ...Items. Ups, falsche Laste. X. So. Die, 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 die. Dann gucken wir mal. Wo wir damit hinkommen. Ah. Sehr fein. Guck mal, da sehen wir das Loch hier... ...wenn wir uns an die Wand anschmiegen. Bestimmt. Aber da ist eine Kiste. Ah. Flasche Nummer 3. Geil, O-Matico. Das gefällt mir sehr gut. Gut, dass ich gleich da drauf gekommen bin. Jetzt haben wir... ...drei... ...von wohl vier Flaschen. Oh nein! Shit! Fee! Werte Fee, helf mir! Hilf mir, meine ich. Ich habe den da gar nicht gesehen. Das ist... ...Arschgesicht. So, wir gucken nochmal. Die Items habe ich noch alle, ne? Okay. Also gilt das mit Items zurück, wenn ich wirklich nur komplett gestorben bin. Ein Glück, dass ich die Feen hatte. Oh Mann. Die sind aber hier wirklich nicht... ...zuckerleicht. Diese Schweine. Also, im wahrsten Sinne ist das okay. Dann gucken wir mal. Wow. Jetzt wieder der psychodelische Albtraum. Und? Ich bin wieder in Hyrule gelandet. Sehr gut. Oh, und da ist der Hasarala gleich. Link, du lebst. Ist Prinzessin Zelda in Sicherheit? Ja, da muss ich dir ein bisschen was beichten. So von wegen Sicherheit und so. Ich verstehe. Diese verfluchte Yuga. Kurz nachdem du in das Schloss gegangen warst, gab es ein gewaltiges Erdbeben. Sieh dir diesen Spalt an. Ja. Solche Spalter haben sich an verschiedenen Orten in Hyrule aufgetan. Link. Jetzt, da die Prinzessin Zelda dem Feind in die Hände gefallen ist, hängt das Schicksal Hyrules am seidenen Faden. Aber es gibt Hoffnung. Du hältst die heilige Waffe aus alter Zeit in deinen Händen, das Masterschwert. Mit deinem Heldenmut und diesem Schwert wird es uns gelingen, Hyrules Untergang abzuwenden. Du bist die letzte Hoffnung dieses Königreiches. Ich zähle auf dich. Ich zähle auf dich, Obi-Wan Kenobi. Helfen Sie mir. Tja, Sachas Rala. Dann, wenn ich schon mal hier bin... Moment. Hatten wir uns nicht mal gemerkt, wo irgendwo ein paar Feen waren, die man holen kann? Schwierige Wurzel. Vielleicht hat ja unser Rabbitman ein paar neue Sachen. Willkommen, kleiner Held. Großartige Neuigkeiten. In meinem Laden kannst du Ausrüstung ab sofort auch käuflicher werden. Okay. Also kann ich die Sachen permanent mir holen. Applaus, Applaus. Bis jetzt sind es ja Leihgaben. Man sieht es an den Items, dass da kleine Leihgabeschleifen drin sind. Da brauchst du die Sachen nicht mehr zu leihen, sondern kannst sie auch zu unschlagbaren Preisen kaufen. Das werden wir, glaube ich, nach und nach dann machen. Darüber hinaus habe ich gerade eine Rabattaktion gestartet. Den ersten Artikel, den du bei mir kaufst, bekommst du zur Hälfte des normalen Preises. Da müssen wir aber was ganz Teures nehmen, ne? Ich hoffe, dass du überzeugt dich weiterhin, mein Stammkunde zu bleiben. Oh, ich bin aber auch... Was war denn teuer? Was war denn teuer? Der Stab hier, ne? Den Feuerstab hast du im Moment ja schon ausgeliehen. Oder bist du etwa in einem Kauf interessiert? Dann hätte ich vielleicht ein interessantes Angebot für dich. Artikel zum halben Preis. Also 600... Die sind wirklich teuer, die Dinger. Okay, aber ich muss... Den ersten Artikel sollte ich teuer. Also einen teuren Artikel nehmen. Damit... Ja, damit ich am meisten spare. Der Eistab... Das... Ja, komm. Ja, komm, wir kaufen's. Bist du dir sicher? Ja. Das heißt, also er gehört jetzt mir auch. Nicht mehr... Du kannst dich beruhigen, kein Verstand. Hier, kleiner Witz Adaravio. Der Weißling und ich sind auf deiner Seite. Für Glück, kleiner Held. Ah, aber da hilft es, dass man dann... Wirklich... Da aktiv ist so. Der Enterhaken hat relativ wenig Leihgebühr gekostet, oder? Was kostet der denn? 800 Rubine. Okay, also... 400 würde er... Ne, ich sollte zuerst Bogen kaufen. Ich sollte zuerst den Bogen kaufen. Wo ist denn der Bogen? Da. 800 Rubine. Ja, okay, das kaufen wir mal. Kaufen. Okay, und jetzt kann ich nach und nach wirklich die Gegenstände kaufen. Da brauche ich auch keine Angst mehr haben, dass ich mal irgendwo abkratze. Das ist eigentlich ein nettes System. Also, finde ich vollkommen gut, dass man die Items da schon alle hat. Wenn dir so sehr gefällt... 800. Ne, die kosten wohl alle jetzt 800. Oh, die Bomben. Wäre auch noch cooler, aber... Ah, 400 vielleicht? 800 Rubine kostet alles 800. Ey, 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 ey. Na gut, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Warte mal, du Held. Heute habe ich noch eine brandheiße Info für dich. Etwas, das nur Ravio weiß. Na, das macht dich doch sicher unglaublich neugierig, oder? Nein, egal, ich erzähle es dir trotzdem. Und zwar geht es um die Schnellauswahl. Aha. Dir kannst du ganz bequem deine Items austauschen. Okay. Berühre einfach einen ausgerissenen Gegenstand, um die Schnellauswahl zu starten. Okay, so brauchst du nicht mal mehr stehen zu bleiben, um deine Ausrüstung zu ändern. Okay, das ist hilfreich. Ich weiß ja, wie beschäftigt man als Held ist. Du wirst lieber weiterhin in aller Ruhe die Ausrüstung ändern. Dann verwende einfach wie bisher das Item-Menü. Das ist das, was ich in einem der für die Serien-Teile ein bisschen moniert habe, dass es doch dann anhält. Okay, ich halte mal Y gedrückt. Ah, und ihr seht es da oben. Da kann ich quasi ein Quick-Menü, ohne dass die Welt anhält, das machen. Und ich muss A. Und ich kann das A sehr gut. Ich kann dann einzeln antippen auf dem unteren Screen, wenn ich irgendwas Spezielles haben will. Und kann die Sachen dann so legen. Ich halte X gedrückt und nehme den Stab. Okay, das wird sehr hilfreich sein. Das wird wirklich sehr hilfreich sein, das vernünftig anwenden zu können. Ja, und jetzt gilt es... Ups, ja, sehr gut. Jetzt gilt es erst mal, diese ganzen Spalten zu finden. Und warum nicht den Schildkrötenfelsen angehen? Spricht ja nichts dagegen. Ich will mal mit Gris' Eltern sprechen. Ups, scheiße. Penner, hier. Es ist wesentlich entspannter, hier über die Hyrule-Oberwelt zu gehen, als über die Lowrule-Oberwelt. Und vielleicht kann ich denen ja sagen, was mit ihrem Sohnemann passiert ist. Und ich hoffe ja ein bisschen darauf, dass ich dann auch ein Schwert geschmiedet bekomme. Kann ich dir mal was erzählen? Gris, wo bist du? Ach, Link, ich hoffe so, dass es meinem Kleinen gut geht. Oh, Mann, ich habe keine guten Neuigkeiten für dich. Du bist auch wesentlich sympathischer als diese Hexe. Aus Lowrule. Hey, Link. Gris ist nirgends zu finden. Wir haben schon überall nach ihm gesucht, aber er ist wie vom Erdboden verschluckt. Er wurde hoffentlich nicht von diesen Monstern entführt. Nein, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Oder, oh Mann. Sag mir, dass ihm nichts passiert ist. Er ist in einem Bild gefangen. Aber vielleicht traut sich Link nicht das zu sagen. Verzeihung. Da fällt mir ein, Link. Komm, mein Schwert verstärken, dieses Schwert. Ja, wo hast du? Nein, sag es mir nicht. Wenn ich nur dein Gesicht sehe, weiß ich schon, dass es etwas geschehen sein muss. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber was soll jemand wie ich schon? Na, Punkt, 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 denk mal nach. Ah, jetzt weiß ich. Ah, jetzt, ja. Es gibt tatsächlich etwas, was ich tun kann. Dein Schwert. Ich kann es noch verbessern. Ja. Ich brauche dazu nur zwei Brocken Mastererz und schon kann es losgehen. Allerdings ist das ein wertvolles Herz, welches man nur selten findet. Ich kann dein Schwert also nur schärfen, wenn du mir welches mitbringst. Oh, aber da könnte man... Hast du mal Rosso gesehen? Genau, bei Rosso. Zu seiner üblichen Zeit ist er nicht aufgetaucht. Wenn wir von Rosso kein Erz bekommen, können wir unsere Arbeit nicht erledigen. Das ist, glaube ich, ein Hinweis. Oh, die Frage jetzt zum Schildkrötenfelsen oder von Rosso das Schwert verstärken lassen. Ich hätte schon Bock, das Schwert jetzt verstärken zu lassen, ne? So, warte mal. Ich will mal den Windstab. Da. Okay. Ah. Gut, dass ihr das gemacht habt. Da war noch ein Mai-Mai. Oh, und wir können mal die Mai-Mais gleich abgeben. Aber dann gehen wir erst mal zu Rosso, würde ich sagen. Tün-Tün-Tün-Tün-Tün-Tün-Tün-Tün-Tün-Tün-Tün-Tün-Tün-Tün-Tün. Ja, gut. Mit dem Pfeifen klappt es heute nicht. Hm, 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 hm. Oh. Da haben wir auch was entdeckt. Da gehen wir aber noch nicht rein. Das merken wir uns. Ah, warte mal. Und jetzt kann ich doch bestimmt durch diese fucking Gitterstäbe durch oder so, ne? Ah, ich bin klug. KLUK. Das ist eine gute Mechanik, dass man dran geht. Das ist immer gut, wenn Zelda eine coole Idee hat. Ob es die Masken bei Majora's Mask sind oder die Gemälde Nummer hier. Das macht das ganze Spiel eigentlich ganz geil dann. Gut, also wo war denn unser liebster Erzsammler? Der war hier irgendwo, ne? Ach ne, da ging's zum, ja, zu den verlorenen Wäldern. Okay. Okay. Herz, Herz an Herz. So, komm. Zack, zack. Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Wo ist er denn? Ah, und guck mal. Ich glaube, ich habe schon eine gewisse Ahnung. Auf einmal war er weg, der Rosso. Und ist wohl durch einen Spalt gespalten. Guck mal, wie das hier ausschaut. Link, Held von Hyrule. Dort liegt der Skelettwald. Anders als dem Wald in deiner Welt umgibt ihn eine Aura des Bösen. Du wirst Kreaturen begegnen, die schrecklicher sind als alles, was du bisher gesehen hast. Dort warte dein Weiser mit gutem Herzen auf Rettung. Nimm all deinen Mut zusammen und rette ihn. Dies sind die Worte von Hilda von Lowrule. Na gut, ich würde fast sagen, lass uns das hier anstatt des... Ups, ach, Geier sind die Hühnchen hier. Oh, fliegende Dinos. Ach, die kenne ich auch. Ähm, ja, anstatt dem hier zu... äh, dem Schildkrötenfelsen zu machen, weil im besten Fall können wir auch noch unser Schwert verstärken. Wie komme ich denn da rauf? Guck mal, warum können wir hier oben was machen? Nur diese Wände sind alle... Weißt du nicht, wie ich da oben hinkomme? Dann gucken wir mal, ob wir einen vernünftigen Eingang hier finden. Oh, Geister. Das müsste hier in A Link to the Past der dritte Dungeon gewesen sein, glaube ich. Das war schon, ja, im Skelettwählchen durchaus kniffliger. Mal sehen, sind wir hier schon im Dungeon drin? Noch nicht ganz, ne? Oh, was ist das denn für ein mysteriöser Mann? Endlich, Rettung! Rettung? Fragezeichen? Hm, nur ein feiertes Kind, wie nervig. Wahrscheinlich bist du voller Tatenfreude in den Wald stolziert und jetzt findest du nicht mehr raus. Stimmt's? Bei mir ist es anders. Ich find's bloß zu nervig, wieder zurückzugehen. Nur darum bin ich noch hier. Sag mal, Kleiner, hättest du vielleicht Interesse an einem Schatz? Den hab ich selbst gefunden, als ich hier im Wald herumgeirrt... äh, ich meine herumspaziert bin. Für 888 Rubine gehörte dir. Ähm, ich hab keine 888 Rubine. Hast du da Angst, du nervst? Ein echter Kerl muss auch mal einfach einem Fremden seinen Schatz abkaufen, ohne zu wissen, was es ist. Ich hätt's ja gemacht, aber ich hab nicht genug Geld bei. Müssen wir uns merken. Ich hoffe, es ist was Gutes für 888. Und nicht irgendeine Verarsche. Ah! Da! Ein Mai Mai. Oh, und dieses Horn, das kann man auch hier, Monsterschweif. Das kann ich auch dann bei der Hexe benutzen. Um irgendetwas anzustellen. Verdammt, dieses mit L laufen finde ich ein bisschen schwierig. Man konnte es schön mit A machen früher. Auf dem Super Nintendo. Hier leider nicht mehr. Oh! Ah, seht ihr? Da! Da, 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 da! Einer der Weisen. Das müsste sogar Ceres sein, oder? Ich glaube schon. Ceres! Ah, und hier? Okay. Oh, hier kann ich wieder zurück nach Hyrule. Von Lowrule aus. Ah, das ist so ein Quick Travel sozusagen, ne? Okay, es gibt dann wirklich echt viele Stellen, wo man dann hin und her kann. Vielleicht muss ich tatsächlich auch zwischen beiden Dimensionen hin und her spielen, um dann Durchgänge zu finden. Ne, ich hab hier nicht mehr die Möglichkeit, ein paar Knopfdruck mich aus der Schattenwelt in die Lichtwelt wieder zu begeben mit dem Spiegel. Aber ich hab auch nicht diese Perle. Ach, und ich wurde auch nicht in einen Hasen verwandelt wie dort. Guck mal, da geht's schon, da geht's schon raus, oder? Da geht's raus. Deshalb muss ich mal gucken, wie hier die, ja, wie hier die Aufteilung ist oder wo ich am besten wie wohin kann. Das gilt es zu ermitteln. Eigentlich müssten sich jetzt die meisten Dungeons auf einem ähnlichen Schwierigkeitsgrad bewegen. Ich mein damit nicht umfangen, aber zumindest, wenn ich jetzt schon mit meiner jetzigen Herzenanzahl gut zurechtkommen sollen müsste und ich frei zwischen den Dungeons wählen kann, das ist doch nicht schlecht. Das ist cool. Das gefällt mir echt gut. So, dann gucken wir mal, wir waren hier durch. Da runter? Ne, ich muss mal einen anderen Weg finden. Verdammte Geister, ey. Verdammte Geister. Gut, da muss ich... Da muss ich mal gucken, ob ich von der anderen Seite hin kann, vielleicht von Kakariko aus. Oh, da hat er Bomben gespuckt. Der Baum. So, hier war Kakariko. Boah, sind das die Schilderklaue hier? Und auch hier eins, zwei, drei, vier. Vier Schläge mit dem Master Schwert. Ah, und da ist noch einer. Oh, Mann. Ähm, warte mal gucken, die Maimais hier. Drei, ne, fünf sind in diesem Abschnitt noch vorhanden. Na gut. Da, das ist das Äquivalent zu Kakariko hier, oder? Ne, noch nicht, noch nicht. Ich will mal kurz gucken, hier müsste der Wahrsager wieder sein. Oder, ne, hier war der Wahrsager zumindest in der Lichtwelt. Boah! What the fuck? Da gucken wir mal von hier, ob wir weiterkommen. Okay, schnell, schnell, schnell. Fix, fix, fix. Ah, okay. Super. Dann ist das der Eingang zum Schattentempel. Müsst du das Spiel speichern? Aber sicher möchte ich das Spiel speichern. Speichern abgeschlossen. Okay, bevor wir reingehen, wir schauen uns noch ein bisschen um, ob hier noch irgendwas anderes möglich ist, wenn wir was speziell machen können. Ach, guck mal, hier kommt man auch durch. Wo landen wir hier? Auf der Unterseite, ne? Ach, schau mal. Und hier hätten wir nicht durchgekommen, weil wir noch nicht den großen Krafthandschuh haben. Alter, wie viel vertragen die denn? Da. Und hier hätten wir von unten noch nicht durchgekommen, also war das genau der richtige Eingang. Kann ich hier an die Bäume kann ich mich auch nicht dranschmiegen. Verdammt, jetzt muss ich tatsächlich eigentlich jedes Gras ummähen, um dort die Maimais zu finden, weil die auch einfach so mal nicht sichtbar sind unter dem hohen Gras. Verdammte Hacks. So. Aber gut, wir haben es bis zum Eingang des vierten, des ehemals vierten Tempels geschafft. Das wird unser erst in der Schattenwelt sein, aber den werden wir uns nicht in diesem Teil vom Sprite-Sing mit A Link Between Worlds angucken, sondern im nächsten. Ich war der Gregor, ich sage ciao, ciao, bye, bye und schwing! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.